Untertitelung im Auftrag des ZDF Es ist immer ein Freude, hier zu kommen. Ich genieße die Atmosphäre, das Feld. Das sind die Topspieler. Rückanschlag, gut gecentert, aber da ist niemand aus seinem Team. Und Fragen sein, das irgendwie zum Schlusswort, zum vierten Chalker. Man wird nicht angewirkt, jetzt kommt das erste Spiel. Markus Siege vorbei, am ersten Berlin-Brecke. Und die Preise überreicht, die werden schon jetzt noch besser. Das sind iPads, offensichtlich von der Bank Barry Brothers Sturzer. Hier in der Bank kommt es natürlich von Böck Fikon, überreicht von Auré Sturzer. Keine Sache, die nicht fehlen darf, natürlich in der Bank von Böck Fikon. Das ist ein Riesenkompliment, wenn er das sagt. Windeseile. Die Uhr hängt perfekt. Das ist weit. Meine Damen und Herren, auf das eine oder das andere Team, es hätten beide verdient gehabt. Aber es musste einen Sieger geben. Und so wie gesagt, der zweite Platz ging an. Das Team Mubi in Trawache, sieht noch ganz entspannt aus, ist jeden Morgen um 5 Uhr im Stall, kümmert sich um die Damen und Herren. Einer der Stars, der ein gut vorbereitetes Pferd macht 80 Prozent auf.